Jawohl, endlich Wochenende, das Martyrium hat ein Ende. Na, ob es das wirklich die erhoffte Entspannung bringt für die Märkte, das werden wir dann sehen. Aktuell ist es ja immer noch die Abwärtsrichtung. Zwei Tage Pause sind wohl erstmal angesagt, das ist die gute Nachricht. Aber so schlecht sieht es ja beim DAX gar nicht aus, wie ich finde. Denn wenn ich mir das mal so anschaue, jetzt hier so diese jüngste Bewegung, über die müssen wir nicht reden, über die habe ich jetzt in den letzten Tagen so häufig gesprochen, dass die jetzt nun abwärtsgerichtet ist und scharf ist, das ist wohl dann jedem aufgefallen. Schauen wir uns doch mal an, wie es hier jetzt aussieht. Meine Erwartungshaltung noch mal zur Erinnerung war, dass wir sowas bekommen. Das wäre mir am liebsten. Erwartungshaltung heißt nicht, so wird es kommen, ich bin der große Seher, ich sehe das auch nicht in die Zukunft. Aber es wäre das klassische Bild und wenn das passiert, hätte ich wieder einen guten Ansatzpunkt. Das ist etwas, ich habe jetzt wieder irgendwo unter irgendeinem meiner Videos einen Kommentar gehabt, ja, entweder geht es hoch oder geht es runter. Da klingt immer so versteckt, so ein bisschen die Botschaft drin, man weiß ja nicht, was passiert. Richtig, aber unsere Aufgabe als Händler ist nicht zu wissen, was passiert, sondern auf das zu reagieren, dass wir dann wenigstens ein bisschen da was von haben, idealerweise. Das ist unsere Aufgabe. Also die Zukunft, wie gesagt, auch nicht. Deshalb gucken wir mal drauf, was müsste denn passieren, damit wir so ein bisschen Durchblick haben. Formulieren wir es mal sehr höflich und vorsichtig. Aktuell würde ich sagen, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier so im Nachmittag gesehen haben, also nicht jetzt heute Nachmittag, das ist ja schon ein paar Tage jetzt her, also dieses leichte Erstarken dieser Bewegung stärker einzuschätzen ist als das, was wir hier haben. Ich würde mich also aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wenn wir da oder sogar vielleicht hier schon drüber hinausgehen, wir zumindest realistisch mal eine Chance auf so eine Bewegung haben. Das kann noch ein bisschen dauern, wie auch immer, aber irgendwie sowas in der Art wäre nicht so untypisch eigentlich. Ja, dann hätten wir die stärkere und die schwächere Richtung. Wir haben ja hier schon gesagt, vielleicht ist das nur dreiwellig, was ein bisschen vermuten lässt, dass das hierhin auch nur dreiwellig wird. Das wäre aber nicht schlimm, denn es gibt sowas wie vorne zigzag, hinten zigzag, Double zigzag genannt. Also das kann hier durchaus passieren. Wäre nicht das große Problem aus meiner Sicht. Und dann sollte das theoretisch dann klappen, wenn er das Ganze triggert hier auf der Seite nach oben. Aber das muss er natürlich erst noch mal tun. Wenn das ausbleibt, ja, dann ist es mit der Longseite vorläufig noch nichts. Vorsichtig, das ist aber noch kein Garant für den nächsten langfristigen Schub. Denn eigentlich, ich hatte das ja angedeutet, ist ja das, was wir hier im Kleinen haben, so ähnlich hier das, was dann hier zu erwarten wäre. Sprich nämlich, wenn dann dieses Zwischentief noch mal reißt, im Moment vielleicht sogar die Marke. Bitte, bitte nicht vorauseilend jetzt hier schon Short-Geld. Wieso, das ist doch die gleiche Marke. Ja, ja, aber wir brauchen doch die Hinweise. Wir müssen uns wieder an irgendwas festhalten können. Und das wäre eben dieses ABC nach oben, dieses Korrektivmuster nach oben. Dann allerdings wäre das, also von hier, bitte also nicht irritieren lassen. Nicht dann sagen, wieso, gleiches Niveau gehe ich jetzt schon Short. Das wäre fahrlässig. Ja, dann können wir nicht von vornherein sagen, dass es noch mal genauso lang ist, diese Bewegung. Dann können wir nicht sagen, dass das jetzt schon wirklich der Start dieser Bewegung ist. Da gibt es viele verschiedene Varianten, die wir alle nicht wissen, welche davon passiert. Aber zu viel Schlons, sage ich jetzt mal in Fachsprache, was ich nicht haben will, womit ich nicht wirklich klarkomme, dann ein ordentliches Risk-Reward-Ratio, also eine Chance-Risiko-Relation, darauf aufzubauen. Also ihr seht, das Ganze ist tricky. Nicht, weil der Zusammenhang so schwer ist, aber weil man sich manchmal in Zaum halten muss von wegen, notfalls verpasse ich es, besser als zu früh. Ja, also zu früh ist häufig teurer Spaß und ärgerlicher Spaß, deshalb lieber manchmal zu spät und dann verpasst, aber hin und wieder eben doch mit dabei. Ich weiß, das fällt vielen schwer, aber meistens ist das der sinnvollere Ansatz. Naja, wenn ich ehrlich bin, ist es meistens der sinnvollere Ansatz. Das Fiese ist, dass der Markt uns ganz häufig suggeriert, Mensch, das passiert aber ganz häufig, aber auf der anderen Seite, wenn es dann doof kommt, wird es dann recht teuer. Also wer jetzt sagt, wieso, ich habe doch die Erfahrung gemacht, in den letzten acht Monaten war das fast immer so. Ich brauche also mit Risiko, muss ich gar nicht so Risikoabsicherung, gar nicht einen Plan haben. Doch, doch, es wird irgendwann böse enden ansonsten. Ich will jetzt nicht drohen um Himmels Willen, aber das dürfen wir nie aus den Augen lassen. Wir müssen als Händler als allererstes die Risiken betrachten. Die Chancen ist das, also ich sage häufig, dass die Gewinne ist ein Abfallprodukt oder sind ein Abfallprodukt eines guten Risikomanagements. Ich weiß, die meisten sagen, ich strebe nach den Gewinnen. Ja, wer tut das nicht, aber wir sollten die Negativseite immer im Auge behalten. Nicht aus Angst, nicht aus Sorge und Panik. Oh Gott, ich bin jetzt erschrocken, ich mache nichts. Sondern einfach mit dem Bewusstsein, das kann passieren, also muss ich das mittels Kalkül einfließen lassen. So, also gar nicht so schlecht die Voraussetzung, unter der Voraussetzung, dass der Kurs tatsächlich hier drüber geht. Ob der DAX da heute noch was reißen wird, werden wir sehen. Aber nach dem Wochenende hätten wir eine Chance, dass es vielleicht in die Richtung geht. Wenn es das triggert, dann sehe ich zumindest mal das. Und ich sage mal, so Levels hier um den Bereich, 15700, 15700, das wäre doch genau da, wo wir ihn eigentlich gerne hätten. Nämlich in unsere klassische FIBO-Zone mittendrin. Wie gesagt, da geht es nicht jetzt um den Punkt genau, sondern es geht darum, dass wir irgendwo in diese Zone landen, die eine typische Korrekturzone eben wäre. Na gut, also, soweit der DAX. Scheint in irgendeiner Form aufgeräumt zu sein, was seine Idee angeht, seinen Bewegungsablauf angeht. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Auch der ist ja nach oben gegangen. Ist das schon was richtig Tolles? Immerhin kann man sagen, ich meine mich zu erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass das hier zumindest mal einigermaßen gut ist, gewesen ist. Also von der Unterscheidsamkeit, dann hatten wir einen starken Anstieg, jetzt haben wir hier wieder eine Korrektur. In dem Fall unter Umständen, wenn das sogar noch einmal weitergeht, dieser Knubbel hier und dieser Knubbel hier sind im Moment noch überlappungsfrei. Bleibt das so, hätten wir einen schönen Fünfwelle nach oben, dann wären ähnlich wie das, was wir beim DAX haben, nur der hat das hier schon andeutungsweise, hier fehlt das dann noch, hätten wir dann hier noch die Chance, dass das hier passiert. Und auch dieses hier, dieses Szenario, von mir aus 35.200, 300, irgendwie sowas, das bringt uns hier hin und eigentlich ja genauso, nur irgendwo da in den mittleren Bereich. Also das alleine ist noch nicht ein Beweis dafür, dass ab jetzt dann die Jahresendrallye definitiv losgeht, es ist nur eine gewisse Chance. Da allerdings anders als beim DAX das hier zumindest latent noch korrektiv interpretierbar ist, sehe ich hier immerhin die etwas besseren Chancen auf der Aufwärtsseite als beim DAX. So richtig überzeugt, muss ich sagen, bin ich hier allerdings auch nicht. Ich würde mich also weiterhin nicht wundern, wenn wir nochmal einen Schub hier nach unten bekommen, dann hier landen da, wo er typisch immer gerne hingeht, 33.000 und anschließend erst nach oben. Also ihr seht, ich bin im Übergeordneten jetzt nicht wirklich angezählt. Ich sage jetzt nicht, das ist völlig unmöglich, im Gegenteil, irgendwie rechnen wir doch alle damit, dass es doch noch heil ausgeht. Ob zur Jahresendrallye oder notfalls fängt es im neuen Jahr erst wieder an, also im Januar dann vielleicht irgendwie, dass es so ein Spätzünder wird, kann ja alles passieren. Aber positiv scheint der Ausgang ja zu sein, was das angeht. Das ist grundsätzlich bei den S&Ps und den Nasdaqs, also den beiden etwas anders verlaufenden Indizes, nicht anders. Die sind nämlich schon weit genug runter und die sind auch klar korrektiv. Schaut euch diese Abwärtsbewegung an, die ist nun mal klar korrektiv. Da sehen wir an diesen Überschneidungen, da hat sich auch in den letzten Stunden nichts geändert. Das ist alles safe, was das angeht. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich noch nicht so richtig amused bin über das, was hier ist. Ist das schon wirklich der neue, ich sage mal so, geile Scheiß hier nach oben? Also wenn ich ehrlich bin, nein, das ist das. So sieht nicht gut aus. So sieht das nicht gut aus. Wir haben viel zu sehr mit Rücksetzern, auch hier mal so zwischendurch, meine Panik, dann hier wieder, jetzt das wieder. Das ist mir zu viel, Rücksetzer in alte Zonen rein. Also mit den Kursüberschneidungen, das ist mir zu viel. Sprich, das ist für mich nicht überzeugend als Aufwärtsbewegung. Es sieht mir nach wie vor eher korrektiv aus. Und für diejenigen, die heute Nachmittag aktiv sein wollen, das ist ja wohl erstmal eine schöne Ansage. Wackele ich nach oben, wäre nicht so schlecht, denn dann hätte ich für heute den weiteren Tagesverlauf zumindest mal noch eine Idee, welche Richtung dann gut ist. Nämlich wie immer hier in dem Nahkampfbereich genauso hier die Abwärtsseite nochmal. Das Übergeordnete suggeriert, der Trend ist ja auch noch abwärts. Wir sind zwar tief genug gefallen, sodass wir sagen können, könnte schon reichen. Aber der Brust von der Überzeugung fehlt dem Markt noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, ob die Marktteilnehmer das wirklich so wirklich toll finden. Wir haben einen Cluster. Wir haben zumindest eine Chance für einen Dreh beim Nasdaq. Die könnte er jetzt ergreifen. Und das ist für mich ganz wichtig. Es sind so viele Unterstützungsmarken und viele sagen, das sind Unterstützungsmarken, jetzt dreht er. Wenn ihr Marken habt, dieser Art, dann ist das kein Beweis, dass der Kurs da dreht. Lasst euch da nichts einsuggerieren von wegen, doch die Charttechnik, das ist so, da dreht er dann. Das macht ihr auch tatsächlich ganz häufig. Fasst das anders auf. Fasst das so auf, dass ihr sagt, hier hat der Markt ein Angebot. Jetzt kann er hier drehen. Nutzt er das Ganze? Hat er es bisher genutzt? Er hat es mit einer Aufwärtsbewegung genutzt, die tendenziell nicht wirklich bullisch aussieht. Das fängt schon damit an, dass der erste Teil von hier bis da auf jeden Fall mal dreiwellig ist. Dreiwellig, habe ich ja immer wieder gesagt, ist korrektiv. Und wer jetzt sagt, ah, ist aber nicht dreiwellig, das ist eigentlich fünfwellig hier. Ja, aber dann mit starker Kursüberschneidung. Und hier hinten hat er den Popo auch nicht hochgekriegt. Also das ist alles nicht toll. Was zwischendurch mal gut aussah, für die Nachteulen unter uns, haben das mitgekriegt. Anschließend diese Bewegung, die ist ganz klar korrektiv. Und man hatte dann zumindest mal eine Idee, dass das, was hier vorne ist, nochmal passiert. Nämlich beim Bruch zum Beispiel dieser Marke hier. Also dafür hätte man heute Mittag schon irgendwie long sein können. Das ist das klassische Verfahren eigentlich als kurzen Intermediums-Trade. Da ist nicht gesagt, dass das weit läuft. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, den Stopp eng nachzuziehen. Beziehungsweise ich nehme sogar Gewinne mit bei der 1 zu 1 Projektion. Das ist nicht immer vorteilhaft. In diesem Fall war es vorteilhaft. Wer das nicht getan hat, der ist dann hier vielleicht plus minus null oder mit einem kleinen Gewinn immer noch rausgeflogen. Aber das ist so eine Standardsituation. Ihr habt eine erste Anstiegsbewegung. Das Ding hier hoch. Ihr habt eine klare korrektive Bewegung. Ihr könnt noch mal messen, wie tief ist die runtergegangen, dass man das weiß. Der ist ein bisschen tiefer. Aber dann hat man so eine Idee. Klassisch ist so 38 bis 61. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Alles safe. Nur unter die 78er nicht mehr. Also das hier war was. Das ist jetzt sehr toll, dass ich darüber spreche. Das machen wir, weil es Augentraining ist. Einfach damit ihr euch daran gewöhnt. Ah, okay, hier, guck mal. So sieht das Ding aus. Das ist Geschichte. Das Gleiche kann uns aber in Bälde wieder passieren. Da seid ihr jetzt gefragt. Wir haben im Moment eine Bewegung, die ähnlich wie hier 1, 2, 3, 4, 5 unterwegs war. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Was kam als nächstes? Dreiwellig oder mehrfach wackelnd mit Kursüberschneidung. Also entweder hier dreiwellig oder alternativ, wenn es nicht das sein soll, dann von mir aus mehrfach wackelnd mit Kursüberschneidung. Und dann geht was? Das, was wir hier haben, da hinten nochmal. Ach ja, das, was wir hier haben, da unten nochmal. Also jetzt im Moment würde ich nicht mehr Short gehen. Ich weiß, der kann noch weiter fallen. Es ist nicht gesagt, dass er hier dreht. Bitte das nicht als Annahme treffen. Aber sobald er fertig ist mit Drehen, kommt das als nächstes. Und dann haben wir zumindest mal eine Chance, dass er sich dann nochmal weiter fortsetzt. Ob das wirklich dann eine 1 zu 1 Projektion ist, ist mal dahingestellt. Weil anders als das hier, das ist eine echte erste Welle. Warum? Weil der Kurs von hier oben kam. Diese viel hänger ist als diese. Das heißt, das ist ein erster Teil. Diese hier, da kam der Kurs nicht von unten. Das ist also kein echtes Hoch. Dazu werde ich wahrscheinlich im Wälder auch nochmal einen extra Beitrag machen, um das nochmal ein bisschen zu klarifizieren. Was ist denn eine erste Welle und was leitet sich daraus ab? Trotz alledem geht es hier wackelig hoch. Dann ist weiterhin die Abwärtsseite die bessere. Und ein bisschen Platz darf er sich doch auch noch gönnen. Auch das wäre doch noch in Ordnung. So, in diesem Sinne euch ein wunderbares Wochenende. Seid nicht gekränkt oder traurig über die Marktbewegung. Freut euch über die Teile, die ihr mitnehmen könnt. Und denkt immer dran, noch ist das bullische Bild ja nicht kaputt. Aber ich finde es sinnvoll, zwischendurch auch mal die Short-Seite für was mitzunehmen. Wenn ihr nämlich Long seid und einige Positionen nicht auflösen wollt, könnt ihr euch damit ein bisschen was wieder reinverdienen, was auf der anderen Seite verliert. Möglicherweise also als eine Art Hedge oder Ausgleichsposition. Oder eben als reines Trading-Objekt, wo man sagt, ich sehe, es geht runter, das nutze ich. Oder ich sehe, es geht hoch, dann nutze ich eben das. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.